Wie ist dein Mood heute? Ergänze diese Zeichnung? Oder wer war dein Teenie Idol? Das sind Coffee-Tasks. Kreativitätsfördernde, witzige und erhaltsame Aufgaben, die man zum Kaffee trinken oder auch sonst lösen kann. Und alles was es braucht, ist ein Bleistift. Mein Projekt auf WeMakeIt ist, diese Coffee-Tasks in so ein Format zu bringen. Und zwar in ein Büchchen, das auf jeder Seite eine drauf hat, das man direkt ins Büchchen lösen kann. Und das soll dann irgendwo auf dem S-Tisch, auf dem WC oder wo immer liegen bleiben. Und je längere Werte fohler werden. Hilf mit, das Projekt zu realisieren, und bestelle jetzt schon ein Hans-Ignerz-Exemplar. Und sobald es drückt ist, ist es in deinem Briefkasten. Und du kannst loslegen. Vielen Dank!